Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Wir schauen uns heute eure Sticker-Crafts an. Let's go! Ihr musstet dafür nur unter diesem Video hier einen Code reinschreiben, mit dem ich dann eure Crafts generieren kann. Ich habe auf Neueste zuerst sortiert und gehe nach ganz unten, um mir die Ältesten zuerst anzuschauen und gehe dann Stück für Stück halt durch. Ich habe gecappt, ich habe gesagt, maximal 50 schaue ich mir an. Das sind aber noch keine 50, sondern 45, beziehungsweise mit meinen Antworten, dann halt nur noch 43 oder 41, ich weiß nicht, ich habe noch nicht viel beantwortet. Nur die, die noch keinen generierten Code drin hatten, oder? Gut, wir beginnen ganz hier unten. Roadie hat noch nichts bekommen, nur die Schnappatmung von MK schon mal hier eingefügt. Also hier geht's los, Kebab war der allererste. Und ich sage auch hier nochmal direkt, dass ihr die schlussendliche Bewertung übernehmt. Also ihr schreibt jetzt unter dieses Video in die Kommentare, wie toll ihr die gezeigten Skins findet. Und, ähm, also jeder hat eine Stimme und kann für einen Skin stimmen. Das hier ist Skin Nummer 1, damit ihr einfach halt eine Zahl hinschreiben könnt. Und der Gewinner von der ganzen Schose bekommt dann einen 10 Euro Skinbaron-Gutschein und kann dann mit bei Skinbaron einkaufen. So, das hier ist der Skin von Keyboard Kebelsen. Ach, was wird denn da reingelabert, Joschi? Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich euch das Teil dann am besten zeige, ob man das, ich bin in der Hand, so ist es ja auch gedacht, dass ich auf dem Server mir das angucke. Ja, also er hat hier diese vier Stickerchen draufgeklebt und das ist Kebis Vorschlag Nummer 1. Also meiner Meinung nach ist das, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, Kebi, weil, wie ich das finden soll, also, geht, geht. Der nächste Code kommt von Nikolas. Hoppala, wait a man. So, gucken wir uns an. So, und hier haben wir eine wunderbare Sia Leder und das gefällt mir schon mal besser. Also, die Farbe passt halt einfach, ne? Es ist schön in einer Farbe gehalten und es steht genau drauf. Ey! Ja, also, wie gesagt, das ist, äh, das ist angenehm. Finde ich schon mal ein bisschen besser. Als nächstes haben wir eine Einreichung von Poli. Ah, ja. Paula, guck mal da. Auch, ja, auch passender auf jeden Fall. Das Blau fortgesetzt auf dem Griff, das sieht ganz nice aus. Und die Glänzereien, ja, ja. Hätte jetzt wegen mir gar nicht sein müssen, aber so passt es natürlich dann doch ganz gut. Äh, Skin Nummer 3 von Poli. Diese leckere Berries and Cherries. Le Lefty ist der Nächste. Er ist übrigens derjenige, der diese wunderbaren Render immer macht für die Livestream-Ankündigung hier auf YouTube. Ach, ne Fuel Injector mit einem Sticker, den ich überhaupt nicht kenne. Okay, ist das von irgendeinem Team? Ja. Ja, viermal denselben draufgeschüsselt. Und, äh, in Gelb eben gehalten. Also auch hier auch wieder das Motto, gleiche Farbe zu gleicher Farbe. Also, schlecht finde ich es jetzt nicht. Ich bin halt schon sehr gespannt, ob jetzt irgendwie dann noch ein Craft kommt, wo ich sage, ach du Scheiße, wie krass, das addet so viel Value. Also nicht in Sachen Wert, sondern vom Aussehen her, dass ich da aus dem Häuschen bin. Aber sowas finde ich schon auf jeden Fall sehr nice, weil es halt so schön da ins, ja, in die gesamte Thematik reinpasst. Dann haben wir hier Katan als Gegengewicht möglicherweise. Ah, guck mal da, ne Slate. Ne Slate mit dem Team Spirit. Uff, Baba druff. Joa. Da ich ja Grün-Fan bin und Grün auf Schwarz auf jeden Fall auch nice aussieht, geht es schon. Aber da finde ich jetzt die anderen beiden, die so in einer Farbe gehalten wurden, oder drei vielmehr, fand ich schon ein bisschen besser. Ich habe vorhin bestimmt vergessen, die Zahl anzusagen. Darum steht hier oben bestimmt noch nochmal die Zahl, was das jetzt hier für ein Skin ist, der wievielte, damit ihr dann bei der Bewertung eben ganz einfach schreiben könnt, ich bin für Skin Nummer 5. Das fühlt sich an wie der fünfte Skin. Vier oder fünf. Sonnton ist der nächste und wir haben eine AK-47 Pointe Desiree. Ja, mit diesem lilan, äh, Mausboards-Sticker. Und vorne auch nochmal Mausboards, aber mit Sternchen. Ich, ich hätte gerne, dass er das länger hält. Ah ja, F gedrückt halt, das ist vielleicht ein Plan. Ja, ähm, nice, nice das Ding, auf jeden Fall. Ja, kann man mal machen. Und die andere Seite? Ah ja, keine Sticker. Von meiner Seite aus geht diese Wertung, aber dann auch wirklich nur in Bezug auf das Aussehen. Also nicht auf, oh wow, da sind irgendwelche besonderen oder alten Sticker oder sonst wie. und das würde ich mir bei euch natürlich auch wünschen, dass ihr danach eben aussehen geht. Also wie sieht dieser Craft für euch aus? Nicht, wow, da ist ein goldener Sticker drauf oder ein teurer Sticker, deswegen ist es gut. Also sondern halt nur aussehen. Weiter geht's. Blumi ist der nächste in der Reihe und Blüm, ah, Blümchen, Blümchen hat seine Galila ihr Hunting, Blind, ready gemacht. Dieses Teil, ich nehme an, das ist exakt die, die hat er bestimmt auch in den Kommentaren geschrieben, genau diese hier, hat er mir als, ich sag mal, Dauerleihgabe auch auf meinen zweiten Account gejallert. Er meinte, die ist ihm, die liegt ihm am Herzen. Wir können gleich mal kurz in den Kommentar reinlesen, aber er hat das auch nochmal geschrieben. Hat, Moment, noch drüber schauen. Ja, 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 naja, der Grundskin ist halt wirklich so. Er schreibt hier, bin trotzdem nicht ganz überzeugt, weil wenn ich jetzt nur White Lotus nehme und vier Cutterwitz, dann ist der Skin zwar mega viel wert, sieht aber trotzdem, ja, klar, klar, ich setze mich da mal dran, aber bis jetzt bin ich dann nicht überzeugt. Wir werden sehen, so das hier, falls es nicht funktioniert, das ist meine Galil, aus meinem Inventar läuft. Blumi, du hast sie wunderbar dargestellt. Genau die habe ich jetzt ja auch bei mir im Inventar. Kuss. Nächster ist Capri Yolo. Okay. Die Kommentare übrigens, die kommentiere ich noch. Also, ja, ich habe das, bin da noch nicht durch, aber das, oh Gott, ist schon zwei Wochen her, holy shit. Da muss ich ran. So, Mr. Yolo, wie sieht es aus, was hast du da Schönes zurecht gemacht? Eine Pistole, eine Traitor? Ah ja, mit Fnatic drauf, mit Fnatic. Das, das sieht doch nice aus. Also, die blenden schon irgendwie, blenden sich ganz gut ein, wisst ihr? Kann man mal machen. It's, Damos, ist der nächste Kandidat. Ah ja, eine M4A1, Estizimator mit, oh, eine Brille drauf, das sieht schick aus. Gerade vorne, die zerbrochene Brille, also, Snowboardbrille oder Taucherbrille, was es sei es, oder keine Ahnung. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Flay X ist der nächste. Und er hat uns eine Pistole ready gemacht, eine Orion. Ah ja, mit Fnatic drauf. Schön glänzend, schön glitzernd. Ich, ich hoffe, dass ich alle Nuance und alle Facetten mitbekomme, wenn ich mich hier so ein bisschen, so ein bisschen reindrehe. Das sieht doch schon, ja. Also, hier, diese Sticker sehen auf jeden Fall, also, sie blenden nicht so schön ein, wie die, wie die anderen. Also, blend in, meine ich, ihr wisst schon. Germanus hat auch eine nette Einsendung geschickt, und zwar, eine AK-47 Vulkan, mit den Titan-Stickern. Okay, das, das sieht wiederum sehr nice aus. Gut, der vorne vielleicht nicht so ganz, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde vor allem, die ersten, also, bei den Stickern geht man ja meistens von rechts in die Position 1, und dann geht es, glaube ich, von rechts nach links halt. also Position 1 und 2 finde ich sehr, sehr nice. 3 geht und 4, so ganz links, ist, äh, wirkt irgendwie off. Aber, äh, doch, doch, das sieht auch ganz nice aus. Wir haben hier von Frankie noch eine Einsendung, und zwar eine Glock 18 Fade. Ah, ja. Da hat er den, den Farbverlauf eben genommen, mit den, mit den Stickern. Vorne. Äh, Platz Nummer 1 wäre, glaube ich, unten am Griff, ne, und dann kommt 2 oben drüber, und dann halt wieder nach links, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich habe so selten Sticker auf meine Waffe gemacht, aber ich meine, wenn man es dann in Counter-Strike selbst macht, dann ist es von rechts nach links und von unten nach oben. Aber sicher bin ich mir nicht. Aber unten am Griff, ja, das geht auf jeden Fall klar. Danach halt der blaue, der hier auch ganz gut dazu passt, der, der rote da, ja, aber jetzt der letzte, da muss halt dann, da muss halt dann der Winkel passen, da muss das Licht passen. Also wenn man es so macht, sieht es schon sehr nice aus. Beziehungsweise, so, so ungefähr, äh, muss man halt richtig halten. Aber das ist, äh, ja, ist halt auch jetzt eher mein Fehler, wenn ich es nicht richtig halte. Also kann man auf jeden Fall machen. Hier ist eine Einsendung vom Keck. Da bin ich sehr gespannt, was der Keck gemacht hat. Ah, eine Coalition. Oh. Ja, das, das sieht, ich finde, das sieht sehr gut aus. Das passt auch, passt auch wirklich gut. Die, die letzten zwei, also links die zwei, die sind, also sind leider zu nah beieinander. Aber, äh, das sieht doch gut aus, auf jeden Fall. Das gibt auch schon so einen kleinen Pluswert, optisch. Dann haben wir ja noch von AV, Y, oder auch AV, eine Einsendung. Sneasel macht euch ja zum Glück oben die, die Zahlen rein, weil ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, bei welcher Nummer wir jetzt sind, damit ihr eben gemütlich abstimmen könnt. Ich wiederhole nochmal in den Kommentaren, könnt ihr das machen. Jeder hat eine Stimme. Also ihr schreibt einfach, blibla, blub, blub und danach, ich finde übrigens, dass, äh, Skin Nummer, was weiß ich, acht oder neun oder was das ist, oder zehn, dass der am besten aussah. Und dann gucke ich halt, wie viel dafür waren und so wird der Gewinner festgestellt. So, ja, wir haben hier eine leckere Redline mit, äh, dicken Stickern drauf. Also vor allem an Wert ist hier, ist hier viel drauf. Ich weiß nicht, also der, der Crown Sticker, der sticht halt richtig, richtig fett raus. Ich weiß nicht, aber dieses Gesamtensemble, da nicht vielleicht sogar etwas halt über, also vor allem, wenn man es so macht, ist es halt absolut flashy. Aber so geht's. Ob der sich da nicht zu sehr, zu sehr reindrückt. Wisst ihr, der ist so aufdringlich. Einfach von, von seiner Art halt, wie er halt ist, gold und glänzend. Da sind die anderen drei Sticker doch schon angenehmer und passen sich besser der Waffe an. Aber trotzdem gibt es nach vorne hin auch nochmal einen schönen Akzent. Also ich würde sagen, äh, das kann man, kann man schon, kann man schon machen auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus. Dann haben wir hier von Dr. Made Keems und auch Sheems, Monsieur, komm mal wieder ins Stream. Allah, haben wir auch eine Einsendung? Äh, ich nehme natürlich, nur eine. Warte mal, soll ich die Möglichkeit haben? Check die hier mal und find das Broskin Tool, echt pain to use. Ja, das ist, das haben ein paar geschrieben, dass das nicht so leicht zu nutzen ist. Und das ist meine, also, Dr. Made, ich kann jetzt hier nur eine nehmen für dieses, ne, du weißt schon, für diese Sache halt. Ähm, von MegaCraft, also die AK, okay. Also ich nehme an, das ist das, was du mit in den Rennen schicken, in das Rennen schicken willst, meine ich. Das ist jetzt halt wichtig. Kannst du nicht mehrere senden. Also, hier ist von Dr. Made die Waffe, so wie ich das verstanden habe, die ihr mit ins Rennen eben reinschickt. Diese Ice Cold, äh, ja, sehr, sehr dezent. Die stechen auf jeden Fall nicht so krass heraus, beziehungsweise der Vorderse dann doch wieder, aber die anderen passen sich ganz gut an. Und dann dieser, äh, Farbverlauf, der geht auch schön mit dem Ice Cold-Verlauf halt mit. Also das kann man, kann man auf jeden Fall so lassen. Der vorne, ich muss da ein bisschen gegen die Sonne halten, Crystal, ist dann nochmal, äh, ja, ein Tupfer, ein kleiner, ein Tupferchen. Aber ich weiß nicht, ob ich den da vorne drauf gemacht hätte, den, den Crystal-Sticker. Aber natürlich schauen wir noch an seine beiden Lieblinge rein, einmal eine Bison Candy Apple. Achtung, diese Waffe hat jetzt keine Zahl hier oben, weil sie nicht mit zur, äh, zur Liste gehört. Ne, das ist einfach nur kurz zum, zum Reinstabulieren. Doktor, das sieht natürlich ja, mhm, also das PP ist halt nice, auf der, auf der PP-Weißen, klar. Die andere kann ich irgendwie nicht zeigen, weil, äh, ja, dieser Befehl nicht möchte. 6, 5, 0, wir gucken nochmal kurz. Das ist auf jeden Fall der Richtige. Dann kriege ich die Orion wieder. Du hast doch was von der P2000 geschrieben. Hm. Er hat ja noch einen Text dazu geschrieben, dass die von einem toxischen FBI-Agenten handelt. Aber ja, ist wie gesagt nicht zu öffnen. Schade, aber die hier oben zählt sowieso. Die ist wichtig. Als nächstes kommt Deano ran. Da haben wir eine Gold-Arabesque. Okay. Ja. Die gehen doch, die gehen doch gut zusammen. Hier war so ein Kummischer. Okay. Ja, doch. Kann man schon machen. Auf jeden Fall. Sieht gut aus. Kai Taro hat auch noch was eingesendet. Sehr schön. Eine leckere Ayu. Des Bablers Eisen. So heißt meine halt aktuell, die ich ausgerüstet habe. Eine, ähm, wie heißt sie? Wildfire. Mir ist der eine erst gar nicht aufgefallen, da der links unten sieht gut aus. Als nächstes kommt Kirby-Nator. So, und da haben wir hier was. Hm. Hm. Eine Electric Hive. Die ist ja auch sehr nice. Schniesel, geht die nicht sogar in deine Richtung? Ich weiß gerade überhaupt, wie es noch deiner drauf ist, Schniesel. Aber die können in deine Richtung gehen. Hm. Kraytox hat die nächste Einsendung. Und es ist eine. Oh, Marker 47, Fuel Injector. Nochmal, nochmal dieselbe wie, warte, ich muss kurz gucken. Ich spiele schon immer die Fuel Injector und möchte diesen Craft machen. Okay, okay. Also dann haben wir hier tatsächlich zweimal jetzt den gleichen sogar schon gehabt. Oder ist doch genau derselbe. Oder waren die vorhin glänzend? Ah, ich bin gerade nicht sicher, ob die vorhin glänzend waren. Oder glänzige, auf jeden Fall. Aber, äh, naja. Schmeißen wir jetzt halt trotzdem in den Ring. Vincent, oder Vincento, oder so, hat auch einen leckeren Budget Craft gemacht. Eine Black Lotus USPS. Okay, ja, ja. Sieht auf jeden Fall auch nice aus. Also passt halt farblich wieder sehr schön zusammen. Der Bär hat auch einen gemacht. 100 pro irgendwas mit, also irgendwas, ich weiß auch nicht, ich, immer wenn wir irgendwas von wegen Essen oder sowas hatten in unseren Futter-Livestreams, äh, dann, dann hat er irgendwie immer verschimmelte Pizza geschickt oder sowas. Aber ja, doch, das sieht tatsächlich nach was ganz nettem aus, eine Phoenix Black Light. Sieht echt nice aus. Ja, guck mal da. Wir müssen B gehen, Leute. Wir müssen auf B. Da müssen wir hinrushen. Alles andere ist Quark. Weiter geht's mit MHD, äh, Mindesthaltbarkeitsdatum, Ellie Go. Eine Redline wieder, diesmal, ach, guck mal da, sogar mit drei verschiedenen Stickern. Na, also vorne wieder der Crown, haben wir ja vorhin schon gesehen. Kinguin und dann einmal Scream. Yes, yes, yes. Your Flamed kommt als Nächster dran mit einer Aquamarine Revenge am Revers. Ja, die sieht doch, doch, das sieht auch nice aus. Die passen sich eben auch gut an. Ganz vorne, denn hätte ich vielleicht auch anders gemacht, aber die ersten drei sind nice. Ich halte es mal noch so ein bisschen. So ein bisschen gegen das Licht und bewege mich ganz leicht. Nice. Kawaii K.T.T. hat die nächste Einsendung und es ist wieder eine, ach, guck mal da, schon wieder diese Viren Jack. Die Sticker sind etwas anders, aber trotzdem. Das scheint wohl was zu sein, was man doch gerne haben wollen würde, diesen Craft oder so, einen ähnlichen. Es sieht halt auch wirklich gut aus. Es passt. Die Farben sind wirklich schön aufeinander abgestimmt und, ja, es stört halt nichts da drauf. Also, es ist gut. Ah, und jetzt kommt der Macher himself. Mr. MK ist das. Er ist bei uns im Stream dafür bekannt, Crafts zu machen. Wir gucken mal rein. Und wir haben hier eine Tech-9 Groundwater am Start. MK, bist du wahnsinnig? Womit er sich ranwagt. Das ist schwerer als Taran. Okay, okay. Ja, die sind da, also die sind schon sehr flashy für diese, für diese Waffe. Ist wahrscheinlich halt genau so gewollt. MK, Elke. Ich, ich kann da jetzt nicht viel, viel draus ziehen. 5, 15, 15 Kills, MK. Oder, worauf sind dann diese, diese 3 Fünfer, äh, worauf bezieht sich das? Ja, MK, ich werde da einfach mal kommentarlos, äh, weitergehen. Und keine Sorge, Kautau, keine Sorge. Genau deswegen habe ich ein bisschen länger gewartet. Ich habe, glaube ich, 10 oder 14 Tage veranschlagt. Jetzt sind es halt, keine Ahnung, wie, wann war es? Ah ja, 14 der 10, da muss ich jetzt drüberhabern. Also ist schon ein Weilchen her, aber so haltet ihr halt auch viel Zeit. Der Letzte ist, wie gesagt, Kautau. So, Kautau, was hast du zu bieten? Ach, ja, Kautau, mhm, ganz vorne, Dick. Das MVP sieht sehr nice aus, dieses Dick passt auch gut drauf. Sechser, Sechser, Sechser und, und Big. Ja, ich denke, da muss auf jeden Fall die Meute entscheiden, wie der Hase läuft. Macht ihr sowieso. Ich bedanke mich hiermit bei allen Leuten, die teilgenommen haben. Danke, dass ihr Crafts erstellt habt, euch Mühe gegeben habt und eben auch Input gegeben habt. Die Kommentare werden, wie gesagt, noch zu 100% von mir gelesen und kommentiert. Im Moment ist es halt wirklich viel. Man merkt auch, ich lade wieder deutlich mehr hoch, weil es Niesel mir so viel unter die Arme greift. Und wir haben jetzt vor kurzem sogar, ich glaube, zwei, dreimal irgendwie tägliche Uploads gehabt für ein paar Tage. Und da entstehen halt immer wieder einige Kommentare, wobei 45 Kommentare, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben im Schnitt bei, bei gut laufenden Videos, wo ich aber jetzt nicht irgendwie sowas habe, wo ihr dann kommentieren müsst, um bei irgendwas teilzunehmen, auch wie Giveaways oder so. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind es, keine Ahnung, 15 bis 25. Wenn es hochkommt und wenn sowas eben ist, dann sind es schon Richtung 30, 40, manchmal sogar halt an die 50. Also mit meinen Antworten dann wiederum 100. Das freut mich sehr, dass ihr so reinballert und mitmacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Können wir auch gerne öfter machen. Ich werde nächstes Mal aber direkt sagen, dass es vorneweg halt 20 Tage oder sowas dauert. Dass ihr auch auf jeden Fall mit rein könnt, dass da jeder mitmachen kann. Und ihr aber auch nicht gleichzeitig halt lange warten müsst, von wegen, er hat doch gesagt, 10 Tage, jetzt sind schon 12. Wo ist er denn? Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke für die Kommentare. Danke für die Likes und bis zum nächsten Video oder nächsten Stream. Kuss! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam meinen Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe. und bis zum nächsten Mal. Das ist ja, bis zum nächsten Mal.